Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Produktvorführung. Wir fangen auch direkt an. Wir zeigen zunächst den Artikel Element J. Element ist ein Verbundfeuerwerk, das die neuen CE-Norm bereits erfüllt mit maximal 2 kg Effektmasse. Fertig verleitet. Wir zeigen zunächst Element J. Brenndauer etwa 2 Minuten. Element J. Brenndauer etwa 2 Minuten. Element J. Brenndauer etwa 2 Minuten. Element J. Brenndauer etwa 3 Minuten. – Defense J. Brenndauer etwa 3 Minuten. So, das war dreimal LMNJ. Wie gesagt, nur einmal anzünden, eine 2-Minuten-Show mit insgesamt 125 Schutzes. Die weiteren Artikel aus der Heron-Serie zeigen wir jetzt in einer Musik-Synchronen-Show. In dieser Musik-Synchronen-Show sind auch die neuen Waveflamer der Firma Expo zu sehen. Insgesamt sechs Stück, auch mit farbigem Fluid. Außerdem ist die neue Titan-Säule dabei. Ein 2-Komponenten-T2-Effekt, der ganz besondere Akzente setzt im Musikvollerang. Ich wünsche viel Spaß. Wir starten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020